Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des SV Mappen Karrieremodus. Wir sind heute wieder am Start mit unserer Drittliga-Karriere. Es geht weiter gegen die SPVGG Unterhaching. Unter anderem momentan sind wir Tabellenführer in der dritten Liga und das wollen wir natürlich bleiben. Das ist unsere Mission für die heutige Episode. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich überfreien. Checkt die Links in der Beschreibung, haltet ihr wollt, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSNR, Microsoft Bruder, Minnicope, MaxGamingTV, dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter natürlich gerne mal vorbeischauen. Kostet nichts und würde mich sehr freuen. Like das Video, das ist aber das aller, aller Wichtigste, ist eine große Unterstützung, ihr wisst das. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt gleich gegen Haching spielen werden, denn ihr seht es hier eventuell, wir haben nicht unbedingt die optimalsten Voraussetzungen, unsere Spieler sind nicht ganz fit, aber ich schaue mal, wie ich das Ganze mache und wir sehen uns im Spiel. Es ist Schauer, es gibt Schauer im Estadio de las Artes. Ja, man kennt es in Unterhaching, das spanische Stall, bzw. der Stall mit dem spanischen Namen. Wir haben einiges umgestellt, unter anderem steht unser absoluter Topscorer Kühn, nicht in der Startelf, das liegt ganz einfach daran, dass der nicht fit genug ist. Vente spielt von Anfang an und ich muss mich hier mal wirklich auf den Controller umgewöhnen. Lasst auf jeden Fall mal einen Like dafür da, dass ich mir antue, mit dem Xbox-Controller zu spielen, auch wenn ich das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe und dann gleich auch wieder auf Legende. Und das ist die Quittung, 1-0 durch Sascha Bigalke, das ging sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Das ist so anders, ich hätte nie gedacht, dass dieses Umsteigen wieder so schwer wird. Oh, Giert mit der Ausgleichschance, Kleinsorge, das muss normalerweise der Ausgleich sein, also das ist eine dicke, dicke Gelegenheit, die wir aber nicht nutzen können. Seit dem 1-0 ist Unterhaching nicht noch ein einziges Mal vor unserem Tor gewesen, also seitdem deutlich überlegene Spielführung hier, aber wir kriegen halt den Ball nicht. Wir entscheiden aufs oder ins Tor. Ich glaube, ins Tor ist eher das richtige Wort. 2-0 Haching, wieder ganz früh, aber Gott sei Dank abseits. Ja, wir kriegen den Ball nicht ins Tor, das ist weiterhin unser Problem. Ich weiß nicht, uns fehlt so ein bisschen in der Offensive heute die Spritzigkeit. Kühn fehlt, sagen wir es einfach so. Nein, warum nimmt Kleinsorge den denn die... Ich wollte eigentlich ihn noch annehmen, ja. Hat man eventuell gesehen, dass die Bewegung ein bisschen komisch war. Ja, so schnell kann das gehen. Wir verlieren mit 0-1 verdient, im Endeffekt ist es nicht, aber gerecht irgendwie gegen Unterhaching. Schwache spielerische Leistung und da sieht man, mit einer B11 klappt das Ganze nicht. So, Kühn steigt und zwar auf 63, allerdings ist jetzt auch ein bisschen eine schwierige Partie, denn nachdem Wendt übrigens ein In-Game-Face, das ist mir gerade mal aufgefallen, das ist nach dem Update jetzt wohl gekommen, geht es gegen eine Tabellenzweiten, die uns überholt haben, nach Karlsruhe. Groß Aspach ist mittlerweile Tabellenführer, das heißt, wir sind da ein bisschen unter Druck jetzt, wenn wir wieder auf unsere Spitzenposition zurück wollen. Haching hat aufgeholt, also wir stehen wirklich unter Druck im Spitzenspiel und deswegen wollen wir das jetzt richtig gut daigseln. Oh, 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 1-0, Keanu-Staude trifft mal ausnahmsweise, hui, 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 hui. Und da kriegen wir gleich eine Belohnung für Abtaucher, was auch immer das in dem Kontext heißen mag, mit einem Flachschuss. Naja, von mir aus auch ein Flachschuss. Die Flanke fungiert eigentlich komplett ungefährlich, aber dann ist er da irgendwie und das ist kein Flachschuss, aber in Ordnung, 1-0. Das ist der Ausgleich, nach 60 Minuten und das muss normalerweise nicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz starker Ball in die Spitze gespielt. Ich weiß nicht, was meine Innenverteidigung da macht. Ah, Hübers dreht sich in die falsche Richtung. Ai, 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 ein dummer Spiel kann nichts tun. So, volle Offensive jetzt. Ich habe nochmal gewechselt und zwar sind jetzt Wente drin für die Offensive. Also für Giert. Granatowski auf der rechten, Granatkowski auf der linken Seite und auf der rechten Seite Kleinsorge, um hier irgendwie noch den Sieger beizuführen, aber Karlsruhe steht defensiv extrem gut. Ich weiß nicht, wo meine ganze Offensivpaum in Meppen hingegangen ist. Die war ja eigentlich mal deutlich stärker, als sie jetzt gerade ist. Vielleicht liegt es, wie gesagt, am Controller. Defensiv stehe ich eigentlich solide, aber offensiv geht halt irgendwie nichts. Weiß nicht, wie ich mir das erklären soll, aber, äh, ja. Unentschieden gegen Karlsruhe. Äh, kann ich grundsätzlich mit leben, ähm, aber das war trotzdem wieder kein gutes Spiel von uns, muss ich sagen. Ach so, übrigens, nächstes Spiel gegen Wien Wieswaden möchte ich nochmal dazu sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich das letzte für diese Episode und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht verlieren. Ähm, im Idealfall gewinnen wir. Wir sind nur noch Tabellenfünfter, das heißt, äh, wir sollten auch tatsächlich gewinnen. So schnell kann es nämlich mal gehen. In einer Folge von Position 1 auf Position 5, wo ich am Anfang noch gesagt habe, hey, wir gewinnen heute alles und wir bleiben auf unserer Primus-Position. Naja, hat nicht ganz funktioniert, aber vielleicht können wir hier zumindest drei Punkte rausschlagen. Kühn hat länger nicht mehr getroffen, beziehungsweise keinen Scorer gemacht und ich glaube, daran hängt unsere Misere. Oh, jao. Oh, erste dicke Chance, 15 Minuten im Spiel. Das kann normalerweise schon das 1-0 sein. Schöne Flanke von Staude, der immer besser wird. Ah, knappes Ding. Oh, Wagner 1-0, schönes Ding. Hey, das hätte ich gar nicht erwartet in der Situation. Sehr, sehr geiler Schuss. Und da haben wir unsere Führung. Wieder nicht durch Kühn, wieder Kühn nicht mal beteiligt. Also irgendwas stimmt hier nicht, aber sehr, sehr geil. Der Pass kam von Vjogic. Ich habe keine Ahnung, Leugas, ich habe keine Ahnung. Schön angenommen und dann einfach mal abgezogen. Kühn läuft so gesehen. Er hat so gesehen den Weg freigemacht. Ja, also dementsprechend schon eine geringe Beteiligung zumindest. Nee. Alter, was ist das für ein Tor? Was macht Domaschke da? Beim besten Willen. Weißt du, bei ihm trifft Kühn. Bei mir trifft Kühn nichts mehr. Das bei ihm vor allem. Ihm, dem Computer. Ich meine, das Ding ist, dass dieser Doppelpass schon mal niemals zu... Da sind so viele blaue und... Nee. Egal, Wagner soll für alte Verhältnisse. Das ist natürlich easy. Wenn der Kapitano dann upsteppt und sagt, hey, machen wir mal eben das 2 zu 1. Holt sich hier den Ball selber. Bei einem defensiven Fehler. Und dann der Abschluss, Innenpfosten rein. Schönes Ding. Wagner. Oh, schnürt den Dreierpack, wollte ich sagen. Aber dann macht er den nicht, weil er sein schwacher Rechter ist. Hätte ich mal nicht in Finesse gemacht. Ich habe gedacht, er kommt ein bisschen früher an den Ball. Aha, bitte. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank, ey. Wahnsinn. Also wir führen und werden selber trotzdem nur ausgekontert. Es geht offensiv wirklich momentan nix. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Grundsätzlich waren wir offensiv so stark. Und wir hatten vor allem mit Kühn einen, der immer für Gefahr gesorgt hat. Momentan gelingt ihm nicht eine Aktion. Selbst wenn er mal irgendwie eine Flanke versucht, dann klappt das einfach nicht. Und ja, hier jetzt beispielsweise wieder gerade das beste Beispiel. Abgesehen davon, dass ich nachdem er da eigentlich sich durchgewurscht hat, noch Flanken gedrückt habe und er es nicht gemacht hat. Keine Ahnung, der spielt gerade echt nicht mehr auf dem Level, auf dem er in den letzten Episoden immer gespielt hat. Wo, oh Gott, wo er wirklich Tore am Fließband gemacht hat. Weiß ich nicht. Okay, die Bälle kommen auch nicht auf Kühn durch, natürlich. Das ist natürlich ein Faktor. Aber trotzdem, grundsätzlich, irgendwas läuft nicht bei dem. Irgendwas ist da, da ist Sand im Getriebe. Ich weiß halt nicht, woher oder wieso plötzlich. Aber der ist momentan echt nicht gut drauf und das gefällt mir gar nicht. Der passt genau im richtigen Moment und Wente machte das 3 zu 1. Die Entscheidung in der 90. Ah, okay, 88. Minute. Sehr, sehr schön gespielt. Wagner mit dem Ball nach vorne auf Leugas und Leugas wartet, bis Wente nicht im Abseits steht. Und dann kommt der Schuss und dann ist das Ding alles kalt drin. Und damit haben wir den Sieg und damit haben wir den ersten Sieg dieser Episode und haben uns gesteigert von Niederlage zu Unentschieden zu 3 Punkten. Und das ist sehr, sehr gut. Erklärt immer noch nicht die Krise unseres Top-Torjägers, beziehungsweise unseres Top-Scorers. Aber vielleicht habt ihr früher eine Erklärung. Schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich gespannt. Wir gewinnen auf jeden Fall gegen Wien-Wiesbaden. Stehen damit wieder ein bisschen besser da als vorher. Aber das macht mir doch wirklich Sorgen. Vielleicht liegt es am gestiegenen Rating. Oder ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Zumal er ja mit 63... Okay, er ist natürlich... Aber er hat 70 Abschluss... Also Stellungsspiel, 62... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Blick auf die Tabelle beendet diese Episode. Wir sind momentan Vierter, 22 Punkte. Wir haben drei Punkte Rückstand hinter der SG-Sonnenspielgemeinschaft oder Spiel... Ist es Spielgemeinschaft? Ich weiß gar nicht. Sonnenhof-Groß-Aspach auf jeden Fall. Ahlen ist noch vor uns ein Punkt. Karlsruhe ist Punkt. Gleich wird einem Tor besser. Unterhaching ist drei Tore schlecht, aber auch Punkt. Gleich dahinter Osnabrück und Wehen, die wir gerade geschlagen haben, weil so ein sehr wichtiger Sieg am Ende der Tabelle stehen momentan. Erfurt, Lotte und Halle. Chemnitz ist auch im Abschießkampf, aber Halle, bei denen sieht es richtig schlecht aus. Ja, das war es von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr seht, mittlerweile Kühn ist immer noch Top-Torjäger, aber nicht mehr allein. Ich Kobi Lanski, Müller und Ritter haben aufgeholt. Ich bin gespannt, ob es nächste Episode wieder besser wird. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns dann. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Passt euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.